Der Kanal wurde geeditet. hier eine Runde. Ey, wir haben ja fast die gleichen Gegner. Also ich spiele hier als Miss Fortune und der Alex spielt als Chogat und der Mark spielt hier als wie spricht man das aus? Tründermär? Tründermär? Wie auch immer. Also auf jeden Fall mit dem, das ist so ein Tank, hast du gesagt. Alex, was ist dein? So ein, kann man das sagen? Ich weiß nicht. Also wir haben eben auf jeden Fall schon eine Runde gespielt. Defensiv. Und ich bin halt Distanzkampf und ein bisschen ein bisschen auch Nahkampf eigentlich. Kann man eigentlich ganz sagen, so ein ganz ausgeglichen eigentlich. Ich spiele Tründermär aber auf, äh, Demnit. Was? Okay, so. Du musstest du schworen Spieler, die den Weg der Beschwererfolgen gewinnen, 27% häufiger? Aha, das ist doch schön. Also ich habe keine Ahnung, was uns das sagt. Ich habe von dem Spiel selber auch kaum Ahnung. Aber es macht einigermaßen Spaß, solange man, äh, mit Leuten reden kann. Ich geh mal oben. Genau, du gehst oben. Ähm, ich habe eben, wir haben eben schon mal eine Runde gespielt. Die war eigentlich ziemlich gut. Da haben wir, äh, nach wie lang gewonnen? 20 Minuten? Ja. War es auf jeden Fall nicht. Ich habe hier auf jeden Fall so... Sobald es ziemlich spannend war, ne? Ja. Ich habe hier so... Also wir wurden erst ziemlich zurückgedrängt. Ja, also das hier bin ich da, warte, das da bin ich. Und ich habe hier so geile Pistolen beide. Und ich kann hier so einen Angriff machen, dass ich in die Luft schieße. Kann das dann so auswählen und dann kommt da so ein Kugelhagel runter. Macht halt richtig Flächenschaden und ich habe schon mal hier schön HP verloren. Äh, ansonsten habe ich noch sowas. Bleivergiftung, da macht man übelst mehr Schaden eigentlich. Äh, Durchschuss habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und hier ist mein Ulti. Das ist halt, äh, so eine richtige fette Salve, die übelst Schaden macht. Und wir warten jetzt hier auf die ersten Vasallen. Dass die mal kommen. Was machst du mal? Alter, was machst du da? Hast du gerade Liegestütze gemacht? Ja. Willst du mich verarschen? Äh, was? Marc hat gerade Liegestütze gemacht. Ich muss nämlich gerade auf meine Lane achten, aber ich gucke es mir mal an. Äh, ja, wie sieht es aus? Oh, Marc, die ersten kommen. Nein, ich habe unten einen. Miss Fortune ist bei mir. Ich mag die nicht. Geh weg. Alter, Marc, kriegen wir die? Oder tötet die uns jetzt direkt? Ja, das geht doch nicht. Nee, die ist zu nahm. Okay, geh ich hoch oder gehst du hoch, Marc? Ja, die hat den gleichen Angriff wie ich im Prinzip. Äh, ja, Marc, was sagst du? Wer geht hoch? Du? Dann kämpfe ich hier unten gegen Miss Fortune alleine. Miss Fortune gegen Miss Fortune. Naja. Alter, nein! Auf jeden Fall, wir sind schon mal schön am Drücker an deren Tower. Oh, fuck, fuck, fuck. Da sollte ich nicht in ihren Kugelhagel reinrennen. Aber sie rentt auch in meinen rein, von daher. Wow, Alter, macht die übelst Schaden. Ich glaube, die ist direkt auf, äh, hier diesen W-Angriff gegangen. Dass die mit ihren normalen Kugeln einfach mehr Schaden macht für einen gewissen Zeitraum. Das mach ich jetzt auch mal. Aber damit macht man schon schön viel Schaden eigentlich. Wow, 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 Marc, ich bin fast schon... Ich bin direkt down. Okay. Eben hat's besser geklappt. Eben hab ich super, äh, gespielt eigentlich. Ist jetzt nicht so schön gelaufen. Also, es kann durchaus auch passieren, dass wir jetzt verlieren. Äh, wie gesagt, wir sind jetzt weder Pros noch, äh, irgendwie... Haben wir Ahnung von dem Spiel. Wobei, Alex hat das früher schon mal ein bisschen gespielt, Marc, weiß ich nicht. Jaja, aua, aua, aaa, nein! Also gut, dann bin ich der Einzige, der das, äh, jetzt eher weniger kennt. Aber trotzdem. Ich habe keinen Anspruch hier, dass wir das unbedingt gewinnen müssen. Oh, ich hab fast keinen Mana. Einfach mal ein bisschen Spaß haben. Ja, macht die hier Flächenschaden gegen meine Leute, oder was? Da, 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 da. Mana Korsett ist eigentlich auch nur in Psychiatrics. Wow. Okay. Genau, hier sehen wir dann, dass wir da mit unserem, mit unserem W-Angriff den Schaden mehr verursachen. Und wir kriegen direkt eine neue Stufe. Ja, das ist, äh, nee, ja, genau. Ja, das liebe ich so sehr an der. Wieso, was hat die gemacht? Ich verbrenne. Ich verbrenne. Ich verbrenne, dann sind wir top, bitte so betäubt. Alter, ich brauche mehr HP. Das gibt's ja nicht. Ich bin ja... Ich brauche jetzt mal hier meinen Heilzauber. Los, los, wir können auf Jogard. Auf Jogard? Ja, auf, auf Jogard. Nein, 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 nein. Ach, lass mal. Die laufen zurück zum Dingens. Nicht gut. Also, wir haben jetzt wahrscheinlich dauernd klickt. Reicht es eigentlich, wenn ich auf den Gegner einmal klicke, oder muss ich für jeden Angriff neu klicken? Es reicht einmal, ne? Reicht einmal. Mach ich aber trotzdem nicht. Alter, Alter! Was hat denn die für einen Angriff? Alter. Die hat mir eben mit einer Kugel ungefähr, ich sag mal, ein Viertel oder sowas von meiner HP. Wenn du musst Portchen spielst, musst du doch nicht fragen, was die kann, wenn die selber so spielt. Ja, ich weiß nicht, was die gerade eingesetzt hat, aber irgendwie hat die gerade übelst Schaden gemacht. Mit ihren normalen Kugeln, aber. Jun, Alter. Nein, verwiss dich. Ja, voll krass auf jeden Fall für mich. Alex, versucht die nochmal abzudrängen. Ja, super, ich werde toll. Hallo, warte mal kurz, hier unten gleich. Wohin soll ich denn? Hier, unten warten. Hier, unten, komm mal her. Guck mal, was ich kann. Ach, da ist Alex. So, sorry. Ich dachte, du warst, ja? Alter, willst du mich verarschen? Alter, spiel doch mal richtig jetzt hier nicht so. Das ist ja kein Spaß, ey. Äh, Annie kommt runter, ne? Okay, wir sind jetzt zweit hier. Ach, die sind alle beim, äh, bei dem, äh, bei dem Ding, bei dem, äh, Altar da so, ne? Okay, dann haben wir kurz Zeit, hier. Okay, dann räumen wir kurz auf. Das ist zu leveln und so. Ey, was macht dein Altar genau? Nein! Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Hier ist von level 5, genau. Ist das so ein krasser Unterschied, ein Level jetzt, also zwischen mir und ihr? Oh fuck, äh. Au, 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 au. So, ein bisschen aufpassen. Okay, so. Ja, da würde ich nicht hinlaufen. Ja. Das ist genau die Range vom Tower. Ja, aber der Tower geht ja zum Glück auf die Vasallen zuerst, oder? Nee, je nachdem, wer näher dran steht oder mehr Damage macht. Äh, ich glaube, die gehen ganz kurz runter zu euch, kann das sein. Durchaus möglich. Okay, gut. Ja, die könnten zu euch laufen, aber ich garantiere für nichts. Ja, ja, kann schon sein. Ja, auch was sonst. Oha, die macht Damage. Ja, ich weiß. Marco, aber jetzt können wir die zu zweit eigentlich ganz gut kriegen, oder? Meinst du? Nee, die sind bei mir. Nein, sie sind bei mir. Jetzt sind du jetzt. Okay, Marc, komm. Jetzt kriegen wir die, oder? Ah, nee, jetzt werden die wieder zu ihrem scheiß Tower, ey. Äh, wir machen hier nochmal unseren schönen Luftangriff. Mach dir noch ein bisschen Schaden. Oh, fuck. Kein Problem. Ja, Marc, machst du das? Soll ich hier unten gerade bleiben? Ja. Ach, man, ich will mal meine Eingriffe so schön schnell einsetzen, aber das geht gar nicht so schnell. Nee. Alter, die sind schon am Tor. Okay. Es sind viele hier. Nein. Die hat nur noch zwei Striche bei ihrer scheiß HP, ey. Okay. Aber ein Tipp, den ich bekommen habe, ist, man darf nie so einen Tunnelblick kriegen und den den Gegner unbedingt töten wollen, weil sonst ist da ein Tower. Äh, Andy, ne? Und dann ist er ganz schnell tot. Andy, können wir kriegen? Andy, können wir kriegen? Okay, also man sieht, wir sind schon dreimal gestorben, haben noch keinen getötet hier oben. Sieht man das? Null getötet, dreimal gestorben. Komm schon, ich kann sie nicht aufhalten. Ich habe keine Macht. Ich gehe jetzt. Fuck. Ja, ja, ja. BAM! Alter, nein! Äh, Leute, ich habe jetzt... Ah, nee, 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 vergiss es. Vergiss es. Oh, oh. Ganz schnell mal aufhalten, oder nicht? Ich weiß, weiß. Oh, warte, den können wir kriegen. Oh, Leute, du hast... Der hat mich in die Luft geschleudert. Hallo, laufst du mal. Achso, ich kann das gerade nicht machen, weil ich noch den anderen Angriff drin habe. Oh, ich habe meine Ultra. Jetzt. Ich auch. Ich auch. Deine Ultra, Junge. Ja, meine Ulti. Okay, warte, ich schlaue in die Luft und dann Ulti. Alter, aber der Turm macht mir schon mehr Schaden als mein Ulti an dir. Gib ihm. Uffahrt, Annie. Annie. Auf. Äh, schlecht gelaufen, schlecht gelaufen. Okay, es war... Ich weiß nicht, ob wir den ersten Turm hier kriegen. Der hat auf jeden Fall schon ein bisschen Schaden. Wow, 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 wow. Okay, der Ulti hat mich so gut wie getötet. Der Ulti. Warte, wir lenken die mal ein bisschen ab. Ich lenke die mal ein bisschen ab hier. Jo. Muss sowieso mal wieder... Äh, die läuft jetzt ein Stück hoch, ne? Zu euch. Wahrscheinlich. Hab's gesehen. Jetzt läuft sie wieder runter zu mir. Ich bin aber leider fast tot. Und so ein... Ein Angriff von ihr tötet mich jetzt halt, leider. Nein, Annie. Mark, kriegen wir das hin? Nein. Wieder nicht. Mann, ey. Dieser Scheiß-Tower. Warte sechs Sekunden, dann mach ich wieder hier einen Flächenschaden drauf. Warte, ich versuch die wieder abzulenken. Okay, Chugat will mich unbedingt töten. Würde er auch hinkriegen. Oh, oh, oh. Äh, Chugat... Ach, nee, doch nicht. Ah, da bist du, okay. Ich dachte, wir werden wieder zu euch runterlaufen. Kriegen wir den... Meinst du jetzt... Mark, willst du mal kurz gegen den Turm helfen? Boah, jetzt kommt wieder Annie. Boah, Vorsicht, geh. Am besten, ja. Raus. Nein! Nein, nein, nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter, Alex. Konzentrieren. Ich bin auch gleich, ich bin auch gleich, sorry. Ich kann's nicht immer ändern, oder? Die hat mir gegeben, ey. Ja, das war jetzt nicht so gut. Alter, die ist ja genau nicht in Level 5. Willst du mich verarschen? Du hast aber auch eben die ganze Zeit Low Level. Ja, ich... Oh, Mann, ja. Das ist das Problem, weil du die ganze Zeit hin und her rennst auch. Weil du dich nicht auf einer Lane konzentrieren kannst, irgendwie. Nee, ich muss ja zwischen euch hin und her wechseln. Naja, eben, ich sag ja nur, das ist halt das Problem. Äh, wer ist von Höchstens höchste Level? Alex und ich sind gleich hoch. Alex, geh du mal zu ihm runter. Runter, okay. Oder, nee, warte, da sind zwei, der kommt mit mir, komm mit mir, sorry. Da sind zwei, das hab ich jetzt nicht gesehen. Alter, den töten ich. Naja, ich auch. Warte, in drei Sekunden kann ich, in einer Sekunde kann ich ihn aufhalten. Ja, mach. Okay. Nice. Na, Annie kriegen wir nicht. Oder? Ich weiß nicht, Alex, bleib mal hier, bleib mal hier. Au. Wir kriegen auf jeden Fall die Vasallen. Die sind auch schon wichtig. Doch. Was? Achso, meinst du, wir kriegen ihn? Annie, Annie, Annie. Ja, Mann. Alter, den will der mit dir schon mal machen. Wir haben beide. Alex, weiter zum nächsten Turm, schnell. Gute Idee. Oh, fuck. Jetzt kommen wieder welche. Alter, diese Trick-Ultima. Achtung, da kommt mein eigenes Ich. Ja, warte, oh, fuck. Jetzt bin ich aber auch ge... Vorsicht, Alex, kannst du den kurz blocken? Kann ich. Ah, fuck, der war nix. Der war absolut nix. Der war absolut nix. Okay, Tower, Tower. Ja, warte, ich helfe. Aber warte, die kommen. Die kommen, ne? Ich hab mein Ulti. Ja, dann mach. Kann ich. Ich weiß, was macht denn dein Ulti überhaupt? Fress den dann so auf. Bei mir ist das halt so eine fette Salve, ne? Habt ihr ja schon gesehen, wahrscheinlich. Nein. Ah, au, 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 au. War nicht so schlau. Ey, wie machst du das eigentlich mit der Kamera? Würde dich mal interessieren. Nimmst du die Maus und schwenkst sie nach links oben oder unten oder nimmst du die Pfeiltasten? Ne, Maus. Machst du auch mit der Maus. Ey, pass mal auf, ne? Ich hab nicht mal so viel Leben. Ja, ist mir schon klar. Ich kann aber nur 150... Ich kann erst in 150 Sekunden wieder heilen. Sorry. Alter, scheiße. Aua. Nein! Nein! Oh, fuck. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Warte, renn zurück, renn zurück zwischen die... Komm, die Vasallen blocken die. Nein, die Vasallen blocken die. Doch, jetzt blocken die die. Ich wollte schon sagen, die müssen die doch mal blocken. Hast du noch irgendeinen Angriff, irgendwas? Annie, komm, hol dir Annie, Alex. Beide auf Annie. Kriegen wir die? Kann sein. Wenn ich sie aufhatte... Oh, fuck. Nein! Da hat mir... Zu gut mit seiner Ulti gegeben. Alter. Schade. Schade, ey. Meine Karte diesmal wieder negativen. Aber vielleicht erinnert sich das noch. LOL, jetzt bin ich gestunt. Fuck, Alex. Ja, ich bin doch tot. Drei Sekunden. Kam ich zu dir vor. Die ist bei uns im Tower, in der Base schon. Was? Was, die sind bei uns in der Base? Ja. Wie das? Die Level ist auch übel. Die ist schon Level 11. Jetzt, ich komme, ich komme. Alter, wie mir der Tower Damage macht jetzt mal ernsthaft. Ne, ich stun die erstmal. Die kommt nicht weit. Alter, kommst du her. Ich habe noch 70 Sekunden, bis ich ihn heile. Alter. Ohne Witz, das ist richtig, richtig krass. Was hat mich denn da getötet? Ach, der Tower hat mich getötet. Ha, ha, ha. Also ich habe früher meistens immer, als ich noch meinen alten Account hatte, habe ich glaube hier mal mit Ash gesuftet. Alter, 1 zu 4. Ich hatte vorhin irgendwie... Was hatte ich vorhin? 8 zu irgendwas? Ne, nicht 8. 5 zu... 6 zu 6? 5 zu 5? Oder noch mehr? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall nichts negatives. Jetzt habe ich 1 zu 4. Jetzt denkt wieder jeder, ich hätte das Spiel noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ist das so, oder? Ja, ich habe auch im Prinzip... Aber vorhin war ich voll gut. Weißt du, die Runde, die wir nicht aufgenommen haben. Ja, Alex, ich bin auch richtig weit hinten. Auf welchen Tower? Warte, wo? Ach, du bist unten? Alex, wir haben oben zwei... Wir haben oben zwei Dings. Ja, ja, ich habe mal Magno geholfen da beim Tower. Ich komme rauf. Auaa. Alter, wieso ist die denn schon level drift? Die chillt doch nur in die Arabeis. Willst du mich verarschen? Ja, aber die tötet uns wahrscheinlich dauernd, ne? Achtung, die kommt hoch. Alle, die sind zu dritt bei mir! Zu dritt! Bei mir! Ja, dann machen wir uns dagegen. Lauf mal durchs HP+. Gibt es hier welche? Ja, du hast doch gesehen, durch was ich gerade gelaufen bin, oder? Nein, habe ich nicht, aber ich weiß nicht, wo du bist. Hilfe! Wo bist du? Hinter dir! Woa! Zwei Sekunden, zwei Sekunden! Nein! Lol, in die Luft, und ich bin down, oder? Was sagst du? Äh, du kannst... Oh Gott. Ja, keine Chance. Alex, was hast du gemacht? Ich wollte nur... Wieso lässt du die denn auch... Da kamen drei Leute mir entgegen, Daniel. Ja, das ist auch nicht schlau. Ich bin oben nötig. Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt nicht, warum ihr jetzt die ganze Zeit...